Hallo, was darf ich euch bringen? Zwei Kaffee und zwei Stück, ein Stück Schokokuchen. Gerne. Ich hatte gestern Nacht einen Traum. In diesem Traum sind wir wie früher als Kinder durch die Wälder gelaufen und du bist immer vorher gerannt, hast dich hinter Bäumen versteckt und wolltest mich erschrecken. Doch diesmal kamst nicht du hinter dem Baum hervor, sondern eine riesige, dunkle Gestalt. Und dann bin ich aufgewacht. Bitte sehr. Und der schwarze Kuchen, bitteschön, guten Appetit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020